Jo Freunde der gepflegten FIFA Unterhaltung, ich hoffe euch geht's gut. Heute gibt es volles Programm, wir haben einmal Basis-Icon-Pack, dann 86-Plus-Spieler-Pack und dieses von der Icon-Swap, dieses 85-Plus-Spieler-Pack, also wo da glaube ich 6 oder 7 Stück drin sind, irgendwie, oder 5, nee ich glaube 5 von uns. Dann machen wir noch ein Spielchen in Division 1 und dann hatte ich noch ein, ich sag mal, ein Draft, da hat es EL sehr sehr gut gemeint, habe ich einfach das absolute OP-Draft-Team bekommen und die Gegner sind auch alle sehr sehr zeitig rausgequittet, der komplette Draft war glaube ich in so circa 25 Minuten, wenn überhaupt, das Ding durch und die Packs machen wir auch noch auf, ich hoffe es unterhält euch ein bisschen, möchte ich mal nicht länger labern, ab geht's mit dem Video, let's go. Hoffentlich spannenden Begegnung, wir sind zu Gast bei einem Division Rivals Duell. Jetzt zu Reus, guter Ball. Reus, was für tot. Hazard mit der Flanke. Belarabi per Kopf, schade. Belarabi. Zaaag, aus der Drehung, drag die ich dann wie es. Wow, diese Autokorrektion wieder. Schön dazwischen gegangen. Na ja, mein, da hat ein Witsel doch noch. Klasse Aktion da. Ja, macht das Spiel schnell. Ach. Lewandowski. Lewandowski, abseits. Oh nein, schade, abseits. Perfekt geteilt, diese Aktion. Ja, starker Pass. Und Lupfer. Er versucht mit dem Hebel. Das war knapp. Schade, Marmelade. Gut zu absolvieren. Da verlieren sie den Ball. Ne, man, die. Auch so stark. Edna. Kommt auf, Marco. Oder Ian. Was war das? Malasa. Ja, ich spiele mal. Wijnaldum. Vor die Zeugung nach hinten. Sind sie am Ball? Oh, er drückt Pause. Was hat er vor? Oh, man braucht. Fresh. Leute werden wahrscheinlich. Aber das wird ihm nicht mehr viel bringen, weil Marco Reis mit wunderschönen rausgespielten. Die Wiederholung nochmal. So ist dieser Treffer entstanden. Er hat der schöne Ball. Da ist er einfach gedankenschneller. Der schöne Ball. Neymar zieht da nach innen. Oh, jetzt. Ui, 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 ui. Neymar. Ui, ui, ui. Die Chance für Neymar. Ui. Nichts mehr passieren. Er spielt den Steilpass. Und? Hätte gefährlich werden können. Oh, das war ja ein Aufstiegsspiel. Ah. Oh, Ball. Lewandowski, den muss er machen. Alisson Helm. Klasse Zuspiel. Der Steilpass auf Werner. Schönes Zuspiel. Werner kommt an den Steilpass. Die Riesenchance. Das Tor. Timo Werner. Wird das jetzt gefährlich? Der Strip könnte eine Gelegenheit werden. Salah, die Chance jetzt. Ja, Hamburg. Gefährlicher Pass von Werner. Da hat er die Chance. Sie machen das Tor. Werner. Klasse Zuspiel. Salah, nach diesem Steilpass. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich zu. Beraten und Gommes in der Abwehr. Beschwerden kann man sich da eher weniger. Und auch Salah. Buschmann, begleiten Sie durch dieses Spiel. Wir haben mit dem roten Feuerwerk hier. Das ist ein Polo oder so. Was das ist einfach nur so, die Vereins. Ach nee, wir sind in Üzi. Zahn. Jetzt passt es. So, jetzt aber Attacke. Früh im Spiel, dann. Die Chance. Da ist er klasse rangekommen. Okay, er will sich schon mal wissen. Der macht er ernst. Der Torwart ist hier am Start. Gar kein Risiko. Ein Faust und den Ball weg. Da ist auch schon der Flitzer. Ja, das macht er gut. Ja, danke. Ich nehme mal mit. Er kann auch noch keiner Fährer werden. Zum Glück. Es war die da nicht der Zweck-Kampfstärkste. Von dem Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Timo. Levert. Das Tor wird hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt gespielt haben. So kommt der Schuss nicht durch. Abwehr hat aufgepasst. Entschlossen. Er holt sich vorne den Ball. Pass kommt. Danke. Da ist das Tor. Ja, und der Ausgangspunkt. Er quittet noch nicht. Es ist auch wirklich ohne Witz. Es ist so ziemlich mit der ekelhaftesten Draft, den ich hier hatte. Von hinten bis vorne. Der Sturm ist echt böse. Die Abwehr ist böse. Naja, mein. Oh, schade. Aber ich muss auch sagen, EA baint ist auch gerade echt gut. Es ist so frech. Wirklich. Werner jetzt. Der Bräune. Riesenchance. Ah, Leva. Also, ohne was dieses Spiel ist so lächerlich, wenn es EA gut meint, du kannst jetzt, du kannst dich hier austoben, du kannst hier tun lassen und machen, was du willst. Dieses Spiel, man kann dieses Spiel einfach nicht ernst nehmen. Sehr guter Einsatz. 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 Ja. Ich habe zum Glück da hinten und war einer. Er wacht hier in GU. Und Neymar geht da vorbei. Gute Aktion. Der ab. Jetzt der Bräune. Salah sieht nach einer guten Chance aus. Salah und der Köpflefer. Ja, Moin. Ah, er hat auch noch Moin mit. Ja, das ist dann doch. Da seht ihr, das ist das, was ich bei jetzt quittet habe. Das ist das, was ich meine. Ne, er quittet nicht. Das ist das, was ich meine. Wenn es EA gut meint. Ich muss mich auch nicht sonderlich anstrengen. Das ist, das Spiel ist einfach ein Witz. Jetzt Neymar. Jetzt vielleicht. Er kämpft. Er verliert da den Ball. Das war Robert Lewandowski. Ganz saft. Jetzt Douglas Costa. Neymar. Neymars Pass. Abgefangen. Kann er überhaupt noch Pause drücken. Ja, da bin ich gefühlt schon 200. Na, die Schuhe für Neymar. Keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Vielleicht die Konterschance. Das ist abseits. Ja, jetzt quittet er raus. Oh, Megapick und Premium Gold Spielerpick. Äh, nix. Oh, Megapick, komm. Bitte. Es ist so traurig, ey. Nix, den Stadionsspieler hier. Y-A-Tins, oder? Oh, okay. Y-A-Tins ist okay. Oh, wow. schweizer haus sommer egal wenn man mit oh man oder so oder noch ein 86 plus spieler kommt garantierte rockout hau raus hier lange wir laden ist eigentlich meistens ein gutes zeichen so dann gönnen wir uns ja noch die zwei ultimativen packs rockout ist schon mal am start brasilien das ist das ein 85 jahren worte ernsthaft das ist ja schon wieder traurig zack 2 hinterher nochmal rockout wo ich spüre irgendwas könnte das noch mal in manier sehen das ist doch in ordnung das ist doch die nimmt man doch gerne mit da kann ja vielleicht noch ein rest dahinter sehen da hab ich schon mal gezogen so manier da sagt man nicht nähe dann haben wir ja jetzt auf 5 85 plus komm bitte hier ist ein walkout wenn ihr kein walkout schmeißig leer so fällst deutschland deutschland naja der ist sehen kann ja noch was dahinter sehen mal schauen mal schauen mal schauen mal schauen was noch dahinter ist alexander deutsch es wird mal wieder spannend ich kommentiere sogar direkt im stehen aber nicht lange fackeln ab geht's komm 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 bitte holland oh seelhoff seelhoff oder gönnett 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 ja mann geil alter yes 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 also da würde ich sagen beschweren kann man sich da eher weniger naja freunde das ist doch doch ein chilliges ende würde ich mal sagen wenn es euch gefallen hat lasst ein like da haut da rein ciao jetzt mache ich aber ein bisschen ungeplant nachdem die weekend league doch eher ich sag mal suboptimal gelaufen ist habe ich ein paar frust verkäufe gemacht auf geschissen nochmal eine base icon spc mal gucken was bei rumkommt zack komm 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 ey holland binnenvater hier brauchen wir mich bitte nicht kümmern oder reikert bitte bei der erste oder könnte sein nein das ist doch nicht wahr alter als ob hey komm schon dann geht ja ja